Ob ich mich wundern, du hast neue verstärkte Ausrüstung freigeschaltet. Hier wird man aber auch immer schön aufgehalten. Ich wollte doch einfach nur Schulden eintreiben und jetzt habe ich schon wieder ein Wettschießen gewonnen. Aber immerhin habe ich es gewonnen. Das mit den Vögeln war aber echt knapp, weil das Problem war, ich hatte halt meinen Revolver und nicht mein Gewehr. Mit dem Gewehr wäre es viel einfacher gewesen. Aber es ging ja dann doch. Ich durfte ja dann doch mein Dead Eye benutzen. Ja, würde ich das einfach nennen. Ach, das gibt so geile Feelings hier wieder langzureiten. Ich schwöre, es ist halt echt vier Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal richtig durchgespielt habe. Ohne halt jetzt nur zuzugucken oder so. Ah, es ist einfach schön wieder hier zu sein. Auch wenn ich weiß, dass dieses Let's Play wahrscheinlich über 100 Folgen lang gehen wird. Das macht mir nichts aus. Immer mal zwei Stündchen spielen, das macht ja auch Spaß. Mal kurz ausruhen, ich muss noch mal was trinken. Nichts hier stehen, wie immer. Belastend. Naja, dann muss ich jetzt diese Aufnahme noch aushalten über 40 Minuten. Aber ich hole mir gleich kurz was. Aber dann vergesse ich das wieder rauszuschneiden. Also mache ich das nicht. Aber wir dreien jetzt erstmal hier noch die Schulden zu ändern. Wo ist denn der Baum eigentlich, den ich vorhin gesehen habe? Wo ist der? Hi. Oh, hier ist ein kleines Örtchen oder eine Ranch. Ach, das ist die Emmerland Ranch, glaube ich, ne? Das wollte ich nicht. So, was ich wollte, war eigentlich mal was snacken. Okay, der Controller hat sich gerade selbstständig gemacht. So, wir bräuchten mal was, was unser Dead Eye füllt. So, das können wir mal dem Pferd gerade geben. Ups. Und ich will aber auch was für mich. Das füllt unser Dead Eye. Perfekt. So. Der gute Brandy. Na klar. Na klar. So. Ich reite mal meiner Markierung nach. Wird schon richtig sein. Ist das hier die Emmerland Ranch? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ah, hat er doch was von Emmerland Ranch. Ach ne. War er das? Ja doch, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist doch egal. Moin. Das könnte hier... die Emmerland Ranch sein. Könnt ihr so einfach auf der Karte gucken. Da habe ich gerade keinen Bock zu... Hallo. Na. Ich dachte, er ist jetzt zum Rentierzweg. Maaan. Ey, spring da rüber. Oh, Mann. Warum hauen die denn mal ab? Ich habe nicht das beste Fäh... Ah, nicht hinfallen. Oh Gott. Das war knapp. Der Sprung war schon ganz schön tief. So. Ich darf sie ja nicht töten. Also wird hier ganz normal das Seil... Das Seil... Obwohl es eigentlich ein Rennpferd ist. Das Problem ist, es ist schnaukig. Das war nix. Idiot. Idiot. So, mein Freund. Ah, okay. Machen wir. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Schicks Schatzkarte. In einem Baum. Okay, das heißt, ich muss das mal kurz gucken. Oder macht er das von alleine? Ne, muss ich schon... Ach, er hat es von alleine gemacht. Ach, das ist ja langweilig. Ich wollte das jetzt selber suchen. Mach's gut. Yes. So, ich dachte, wir müssen jetzt selber herausfinden, wo das ist. Und den wir auf der Karte suchen. So wie bei den Schatzsuchen später. Aber gut, scheinbar wird uns das hier erklärt. Einmal. So, da ist es. Ah. Komm. Ich würde gern... Ah, okay. Er macht schon. Sorry, das habe ich nicht gemerkt. Optimal. So, Schulden erfolgreich eingetrieben. Dann gibt's nur noch den letzten Spot, wo wir hin müssen. Das war doch gar nicht so weit von hier weg. Ach nee, das ist bei der Emmerland Ranch. Okay, verstehe. Ja, ich wollte schon sagen, ich hatte die Emmerland Ranch auch ein bisschen größer in Erinnerung. Können wir einfach hier runter. Ja. Gut. Als ob ich mir halt meinen Trinken echt nicht... Alter, oh mein Gott. Da guckt man einmal eine Sekunde weg. Als ob ich halt meinen Trinken nicht hingestellt habe. Vielleicht habe ich hier noch Wasser. Ach, belastend. Naja. Vielleicht hole ich mir schnell in der Cutscene was. Mal gucken. Jetzt erstmal Schulden eintreiben, ne? Das ist grad wichtiger. So, hallo Jungs. Ich reite hier einfach mal querfeld ein. Und schau mal. Ob jetzt wieder einer vor mir abhaut oder ob das diesmal besser klappt. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich so ein Ding umreiten soll. So Free Food mäßig, wisst ihr? So, Emmerland Ranch. Okay, dann... Ich frage mich die ganze Zeit, was ich in der Höhle bin. Oh, komm mal! Warum muss es immer so ein Ding umreiten zu sein, mit dir? Jetzt habe ich gesagt, dass ich dir die Geld in der nächsten Woche bekomme, und ich bekomme es. Wenn du nicht diese Woche bekommst, wer sagt, dass du es in der nächsten Woche bekommst? Du kannst nicht mit mir mit dem Höhlen machen. Ich dachte, dass du sagst, dass du mich liebst. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, aber was... Lilly! Wo ist unsere Geld? Was? Der Bastard. Was haben die immer alle für ein Problem, Junge? Zahlt er mit deine dreckigen Schulden? Aua. So nicht, das kann ich auch. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Jetzt reicht's. Blöder Hund. So nämlich. Seid ihr die Schulden? Und das reicht wirklich, ja? Ja? Was? Oh Mann Ich wollte hier eigentlich niemanden töten Er ist aber nicht sie, oder? Ich wollte nicht auf das Pferd schießen, sorry Das endet hier nicht gut Das ist nicht gut, zu viele Zeugen sind abgehauen Ich dachte, ich schaff's einfach alle schnell zu töten Verdammt Okay, bringt dann jetzt eh nichts, muss einfach abhauen Weil das Problem ist, ich dachte, ich hab nicht gecheckt, dass das so viele hier sind Ich dachte, ja, easy töten und weg, aber nee Ja, okay, okay, Pferdchen Wir müssen abhauen Und zwar am besten erstmal kurz in die Richtung Dafür können wir wegstecken Müssen wir einen kleinen Umweg zurücknehmen, weil die Gesetzeshüter kommen Das ist nicht gut Ich dachte, ich hör die Herde von denen, aber es waren zum Glück Nur unsere eigenen Hufen hier Okay, ich markier mir mal kurz Ja, zur Ameland Ranch wollen wir jetzt erstmal nicht mehr zurück Nach Valentine auch nicht, wir wollen hier hin Aber ich hab 15 Dollar Kopfgeld Das schmeckt jetzt nicht so Das schmeckt jetzt nicht so, um ehrlich zu sein Mag Kopfgeld nicht Ah, nee, 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 das ist nicht gut Wir müssen eh hier lang Okay Okay, wir sind hier los, Gott sei Dank Da hinten Nein Ich kann das Pferd nicht wiederbeleben Ich hab keinen Wiederbeleber, Dings Oh, das ist jetzt uncool Das ist jetzt uncool Ich kann's nicht wiederbeleben Leute, guckt weg jetzt Guckt weg Das ist jetzt aber scheiße Jetzt haben wir kein Pferd mehr Warum bin ich auch da runtergefallen? Ich hab vorhin im Laden noch gedacht Hol ich mir für 10 Euro den Pferdewiederbeleber Hätt ich's mal gemacht Hätt ich's mal gemacht Scheiße Scheiße Scheiße, wie komm ich denn jetzt zurück? Jetzt muss ich ja laufen Ausdauerstufe 5 Naja, toll Was? Kraut Ah, nehmen wir mit Noch mehr Ja Oregano Oh, den kann man essen Den kann man aber auch für Rezepte benutzen Ich wollte jetzt eigentlich nicht essen So Oregano einfach weg snacken Ist jetzt nicht so geil, glaube ich So Finden wir hier vielleicht was brauchbares Bei dem Häuschen Weil mein Problem ist gerade Vielleicht find ich hier sogar echt irgendwas Jo, was? Alter 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 Eine Zigarettenkarte Was geht denn hier? Ich dachte, es wäre einfach ein altes verlassenes Häuschen Hier sind lauter Leichen Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen Ich würde mich hier nicht besonders wohl fühlen Lass mal Kamin durchsuchen Immerhin gereiften Piraten rum Wollen wir mal den Brief untersuchen Ah, ja Unangenehm, dass jetzt Ja Nein Raum drehen Ah, nix auf der Rückseite Wollen wir mal lesen Geheimnisvolle Predigt Zur zweiten Stunde unter dem Halbmond Ließen wir durch die Liebe und Gnade unseres Erlösers Kuakoba Des Reisenden durch Zeit und Galaxien Unsere sterblichen Höhlen zurück Damit sein Gefährt unseren Geist Ins gelobte Reich bringen kann Um in Frieden und Macht zu leben Bis ins 2000. Jahr Indem wir für den neuen Auserwählten zurückkehren Und ihn erneut auf dem Gipfel des Berges Schand preisen werden In seiner Liebe werden wir auf ewig froh locken Ah, so ein cooler Sekten-Selbstmord Um zum Erlöser zu kommen Ins Paradies Na herrlich Gibt's hier noch irgendwas für Oh man, die haben sich einfach alle Vergiftet, ne Die haben sich einfach alle gemeinsam vergiftet Ja, haben wir leider schon genug von Hier vielleicht noch Vielleicht noch irgendwas Wertvolles Kippen brauchen wir auch keine Hier nochmal gucken Ah, Kautabak haben wir auch genug Ah, ein bisschen Cash Was ist das? Ah, Kokain-Kaugummis Dies sind meine Lieblings-Kaugummis Okay, ändert aber auch nix dran Dass wir kein Pferd mehr haben, ne Können wir denn das andere Pferd rufen? Damn Scheiße Jetzt haben wir echt ein Problem Entweder uns kommt einer entgegen Und dann ziehen wir sein Pferd ab Oder ich bin ganz schön am Arsch Weil ich bin ganz schön weit von zu Hause weg Da vorne ist eine Zugstation, glaube ich Das ist jetzt natürlich belastend Meine Ausdauer ist auch nicht die beste Arthur hat jetzt nicht gerade wirklich Bock Hier einen sich abzusprinten Aber es ist wenigstens gut, dass wir ein bisschen rennen Unsere Ausdauer wenigstens zu verbessern Glaube ich jetzt irgendjemandem um sein Pferd Ganz ehrlich, ja, oder? Ah nein, da hinten sind, glaube ich, wilde Pferde Oh Gott, ja, 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 ja Ich chill ja schon, ich chill ja schon Äh, hier Mal rein Okay Da vorne sind wilde Pferde Das Problem ist, wie soll ich die kriegen? Da sind auch wilde Pferde Da müssen wir mal gucken Gehe ich da hoch oder gehe ich da vorne zu denen? Ich gehe erstmal hier vorne zu denen Komm, ich kriege das hin Ganz ehrlich, ich kriege das hin Auf welches aimen wir? Das schwarze sieht schon cool aus Oh, das Blaue da hinten Das gefällt mir Das Problem ist, wie soll ich das machen, ohne dass die direkt wegrennen? Das ist quasi unmöglich Das Blaue da will ich Boah, diese ganzen Fliegen Bah Bah Das ist schon schön Mal gucken, was für Werte das hat Kentucky Settler Äh, ich habe schon schlechtere Pferde gesehen Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging Beruhigen Alles gut, alles gut Ich bin dein Freund Ich tu dir nix, ich tu dir nix Komm mal her Ja, du bist so ein Feini Du bist so ein Feini Oh Gott Ah, meine Arme, Hüften Ja, ich hab's Ja, easy snack, würde ich sagen Aber kein Sattel Ja, ey, das gefällt mir sogar echt Das ist schön, das Pferd Oh, das ist ein schönes Pferd Naja, es guckt ein bisschen Naja, okay Aber man kann ja nicht alles haben im Leben So, was ich jetzt hier kurz machen würde Ist, äh Ich hoffe, das rennt nicht weg Ne, ne Ah, das steht auf den Gleisen Aber ein bisschen ungünstig, muss ich sagen Ich würde mein Kopfgeld bezahlen Weil ich finde es nicht so cool Wenn ich Kopfgeld hab Aber mit denen könnte ich spielen, theoretisch Wir haben ja ein bisschen Geld Weil das war halt einfach blöd Soll ich mit denen mal spielen? Komm, ganz ehrlich Ein Dollar Ah, ich hole mir jetzt mal ganz kurz was zu trinken Oh, in einer Sekunde wieder da Weil ich werde safe vergessen, das rauszuschneiden Einfach ganz dreist Mitten im Video Was zu trinken geholt So kennt man ihn Ah, so Ich mach sofort meinen Zug Jetzt hab ich die Maus wieder Cleave hat den höchsten Doppel- oder Einfachstein Und beginnt Was? Steine anschauen Äh, was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh, ich mach einfach an Verstehe, ich kenn das Spiel nicht Äh, man muss immer anlegen Oder wie? Und desto höher die Punkte Desto besser Oder wie? Dass ich einmal eine Steine weg hab Oder was ist der Sinn? Ich versteh's nicht Mit diesem Stein ist kein Zug möglich Bitte wähle einen anderen aus Mit diesem Stein ist kein Zug möglich Okay Mit dem auch nicht Mit allen Ist kein Zug mehr möglich Doch, mit dem admiten wir Werick traf Und da